hey und herzlich willkommen zu einem kleinen unboxing von verschiedenen kompaktkameras die ich jetzt für meine zukünftigen vlogs ausprobieren möchte seid dabei wir nehmen uns jetzt erst mal diese hier vor die nikon coolpix a 900 weg damit legen wir los was haben wir auf dem karton nikon coolpix a 900 die kamera im schönen silber und ganz wichtig der klappbildschirm 20,3 megapixel 35 fachers zoom 4k uhd snap bridge auf der seite nikon coolpix a 900 man könnte es fast vergessen auf der anderen seite wieder nikon coolpix a 900 und die kamera in klein eine bestellnummer bluetooth nfc wifi certified android and made for ipod iphone ipad hdmi stxc und die seriennummer und natürlich der isbn code darf nicht fehlen nikon coolpix a 900 ich jetzt fast vergessen das mitgelieferte zubehör oder sublight accessoires oder auch accessoire for me oder so in der art und zwar haben wir den trageriemen lysium ion akku netzadapter für akkuladefunktion usb kabel benutzerhandbuch garantieschein und zu guter letzt die info produktspezifikation und lieferung fahren können in jeder zeit ohne vorankündigung geändert werden hoffentlich nicht made in indonesia und der grüne pump anderer seite nikon coolpix a 900 und wieder die kamera in klein wer hätte das gedacht nun fangen wir mit dem auspacken los geht es der bridge download app to get started das ist gut so was haben wir hier benutzerhandbuch brauchen wir nochmal papier 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 die kamera zu der kommen wir gleich was haben wir denn hier ein netzadapter ein usb anschlusskabel noch ein stecker und den trageriemen das war's der akku ganz wichtig das wichtigste die kammer was erscheint dort snap bridge mit einer hand ist das grad ziemlich schwer nikon 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 35 fach white optical zoom edvr 4.3 151 millimeter 35 fach 4k coolpix ok und die rückseite der große klappen schirm ein paar einstellrädchen eine gummierte abdeckung verbessern grip und siehe da unsere kamera eventuell die für die nächsten blogs mal sehen wir haben noch zwei andere mal gucken welche wir nehmen werden in diesem sinne wenn euch das video gefallen hat lasst mir ein like da und auch gerne abonnieren denn die nächsten kamera videos kommen bestimmt und bald auch vlogs bis 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 bis